Wir beginnen heute mit einer weiteren kleinen Aufnahme. Arc Edge selber hatten wir ja schon mal aufgenommen gehabt, leider musste ich danach den Rechner neu aufsetzen. Somit fangen wir heute nochmal neu an. Die alten Save Games sind dabei leider flöten gegangen. Da beim neu aufsetzen leider unser Old White auch nicht mehr dabei ist, müssen wir also diesmal einen neuen Charakter erstellen. Beim letzten Mal habe ich es ein bisschen übersprungen, diesmal mache ich es einfach mit euch zusammen. Wir versuchen wieder mal so einen netten weißhaarigen Kätzchen hinzubekommen. Gut wir nehmen ein Firan, zur Geschichte selber kommt nachher noch ein kleines Einführungsvideo. Wir sind hier im Bereich von Haranya und werden jetzt mal unseren Firan einkleiden oder charaktermäßig erstellen. Frage war noch gewesen von Leo, ob Männlein oder Weiblein. Vielleicht dass Leo auch spielt und sie ein Mädchen hat, bleiben wir mal bei dem Jungen. Gut, wollen wir ihn mal erstellen. Erscheinungsbild hier unten. Haarschalk. So, sehr schön. Will versuchen allgemein zu bleiben, weil durch die vielen Sachen die hier sind, zum Beispiel die Haare, sieht sehr komisch aus. Also das erste sieht schon am besten aus. Und die hatten wir verschiedene, aber es sieht immer aus, als wenn da ein halber Teppich auf dem Kopf ist. Nicht so hübsch. Also das erste ist schon irgendwie am besten. Hier drüben hat man vorgefertigte. Auch nicht so der Hit. Einswert ist der Sichtsausdruck von ihm hier. Ui. Ist doch sehr markant. Ist doch sehr, doch, das ist doch etwas, äh, etwas. Uppala. Aber die Ohren sind mir zu groß. Und weiß nicht, ob ich die Ohren noch ändern kann. Kopf. Mund. Nase. Auge. Stil. Ne, ich glaube daran nichts. Hier bleiben wir beim ersten. Sieht, äh, allgemeiner, ähm, allgemein etwas, hm. Abgerundeter aus. Nehmen wir es mal so. Wie viel gerade Kettworten hier ein. So, die Haare, wie gesagt, wir wollten ja versuchen wieder auf das Weiße zu gehen. Mit einem kleinen Blaustich, ist auch nicht verkehrt. Die Augen sind doch recht gut und stechend. Oben links. Mal gucken mal. Auch wenn es ein Kätzchen ist, soll ja nicht zum Schmusen da sein. Aha. Interessant. Irgendwie finde ich die Augenbrauen doch sehr markant. Pupillenfarbe. Ach, dieses Grüne ist schon ganz gut. Und hier ist die Farbe der Augenbrauen. Ja, huch. Ah je, Mini. Da bleiben wir mal wieder bei dunkel. Der Stil. Was heißt denn Stil? Zwei von drei. Oh. Ein schön Mascara. Ah. Oh, doch sehr markant. Sieht wirklich aus wie ein Kätzchen. Das sieht interessant aus. Gerade mit diesen Malen. Aber wir bleiben mal dabei. Die Haut. 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 Was gibt es denn hier für Auswahl? Zwei von zwei? Wo bin ich denn gerade überhaupt? Welcher Haut? Ist auch eine gute Frage. Aha. Ja, ändert sich so ein bisschen so der Schatten und so. Die Nase ist ein bisschen, muss ja auch ein bisschen. Oh, bleiben wir noch mal dabei. Hier unten könnte man auch die Hautfarbe wählen, aber eigentlich so weit wie es ist, ist ja ganz gut. Was sind wir hier? Ah, da ist ja unser Weiß. Ah, es mag eigentlich nicht gefallen. Mir gefällt es sehr gut. Ähm. Vielleicht auch wie viel Erkennungswert. Wir bleiben mal dabei. Hier könnte man noch Farben, achso, verschiedene, hm. Nehmen wir halt mal Kriegsbemalungen. Oh. Uh. Gut. Aber wenn man gar keine haben will. Äh. Ah, hier. Ah, jeweils ein Eimer. So, den Eimer machen wir weg. Eine kleine Narbe ist ganz gut über dem Auge. Dann kann sie noch positionieren. Ah, ist ganz gut. Größe. Größe ist ein bisschen kleiner, können sie sein. So. Sehr gut. Winkel. Achso, als Tatsniep von oben nach unten. Ist schon ganz gut. Bleiben wir dabei. Was haben wir hier noch? Die Augen. Die Nase. Wo haben wir soweit? Okay. Mund können wir auch schon lassen soweit. Und. Man kann einfach probieren. Aber. Pfff. 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 Artet sonst so zu stark aus. Wir bleiben mal dabei. Und. Ja. 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 Kann man auch nehmen. Äh. Kleidung. Gibt es hier nichts zu wählen. Bleiben wir erstmal bei dieser doch eher relativ hellen Hautfarbe. Gib einen Namen ein. Wir hatten ja vorher. Old. White. Da Old White ja immer noch gespeichert sein wird. Wie man sich schon sagt. Der schöne Doppelname. Old White mit Bindestrich. Ups. Kann man das W groß machen? Kann man nicht. Machen wir Old White mit kleinem W. Gucken wir mal. Scheint zu funktionieren. Annäher. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Skillsets. Man kann ja verschiedene. Sich von vornherein für verschiedene Skillarten entscheiden. Und oben und Ganzen. Sind hier die verschiedensten. Einstufungen. Flüche, physischer Schaden, Abwehr. Wir haben nun mal überwiegend hier die Aktion mit dem Schwert. Hier eher so die Magie. Magischer Schaden. Gucken. Den Bogenschießer. Bogenschießer. Den Bogenschützen. Ist der physische Schaden etwas höher. Der Vitalismus. Ja. Beruht anscheinend auf dem großen Maß der Selbstheilung. Der Okkultismus. Ah. Ist mit Magie und mit Flüchen zusammen. Da kommt ne Menge Hexerei wahrscheinlich. Auch interessant. Und das Schattenspiel. Auch physischer Schaden und Flüche. Nun hat man hier auch die Schwierigkeitsgrad. Schattenspiel ist doch echt. Äh. Ich sag mal. Ähm. Ach. Jetzt fehlt mir der Name nicht ein. Ähm. Nicht auffändig. Sondern es wäre schwieriger. Der Kampf ist Zorn. Hat nur 3 Sterne. Ist so anscheinend einfacher zu spielen. Würde ich wahrscheinlich das erstmal auch nehmen. Weil. Wie gesagt. Ähm. Muss mich auch erstmal durcharbeiten. Hab zwar schon jetzt bei dem anderen. Äh. Vier Teile hatte ich ja schon. Äh. Fertig. Einen ins Netz gestellt. Drei sind Flöten gegangen. Gib einen Namen ein. Wie nochmal. Gut. Gehen wir nochmal einen. Old White. Mit kleinem W. Geht vielleicht jedes große W? Nein. Auch nicht. Gut. Bleiben wir dabei. Also. Wir nehmen. Den Kampfes Zorn. Schwierigkeitsgrad. 3. Und. Old White. Soll heißen. Charakter. Stellen wir mal. Gehen bitte. Diesen Charakter abschließen. Ja bitte. Der Name ist ungültig. Nein. Mein Gott. Was machen wir denn? Wir können ja sagen. Er ist ja nicht mehr. Er ist ja eigentlich nicht so alt. Es ist ja ziemlich einfallslos. Es ist halt Middle White. Nehmen wir Middle White. Charakter erstellen. Ja bitte. Ah. Charakter wurde erstellt. Hat alles funktioniert. Level 1. Kampfes Zorn. Novize. Ah. Ich bin Novize. Middle White. Geldbill Null. Nation. Die Wanderwinde. Ort. Unbekannt. Gut. Ich würd mal sagen. Wir starten. Und los geht's. Das Wasser und die Bäume in Auroria bergen geheimnisvolle Kräfte in sich. Bitte warten. Auch ich war einst so jung. Was zum… Wer bist du? Was… Nur ruhig. Ich bin der Bardeluxus. Vielleicht hast du von mir gehört. Viele Barden benennen sich nach Abenteurern. Aber was hast du in meinem Schlafzimmer verloren? Hm. Ich habe eine wichtige Mission und brauche fähige Individuen. Es ist mitten in der Nacht. Was für ein Streich! Lass es mich dir auf meine Weise erklären. In Versen. Gehenseits der Ewigkeit erwachte die Mutter. Ihr Garten erblühte. Doch alles hatte seine Anmut verloren. Denn sie hatte von einer anderen Welt geträumt. Vor der Pforte wirbelte ihre Macht. Doch sie verlangte nach mehr. Mit Magie und Licht labte die Mutter die Welt. Alles gedeihte. Äonen verstrichen unter ihrer gütigen Pflege. Doch während die Mutter schlief, fanden zwölf Narren ihr Tor. Sie barsten hinein, wie eroberbar. Ohne Wissen. Ohne Verstand. Nach ihr entfesselten Schreckliches aus dem Tiefen. Und hofften auf eine neue Erfahrung. Durch die Versiegelung des Todes. Während sie schlief, versandt ihre finalen Welt. Krass geblüht. Schlimmer. Versiegelten ihr Tor. Ohne die ewige Magie über das Leben verkümmern. Werden Stürme töten. Und Schlangen walten. Wollten nicht hören. Wollten nicht wahrhaben. Hatten vergessen. Während die Mutter schlief, wollten ihre Kinder sie wiederholen. Und mit den besten Absichten öffneten sie die Welt ins Zielsitz. Zeit in den Norden zurückzukehren. Ich versprach es vor langer Zeit. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Aurora liegt brach. Niemand lebt dort. Die Magie kehrt zurück. Mit ihr das Leben. Aber sie braucht dich. Du meinst, ich sei eine Art Held? Mitten in der Nacht faselst du Blödsinn. Ohne die ewige Magie wird das Leben verkümmern. Werden Stürme toben. Und Schlangen walten. Sie wollten nicht hören. Wollten nicht wahrhaben. Sie hatten vergessen. Das war unser erster Teil von ArcheAge. Für weitere Teile, also den zweiten Teil unten in der Beschreibung einfach mal dem Link folgen. Ja, ansonsten die üblichen Daumen nach oben. Eventuell Abo. Haben zwar nicht so viel. Aber wir bemühen uns, dass das Angebot stetig größer wird. Okay, bis dann. Bis zu Teil 2. Tschüssi. 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 Vielen Dank.